Sehr geehrte Zuschauer, mein Computer hasst mich komplett. Man merkt das Ganze ganz gut an mehreren Sachen. Die erste Sache werde ich gleich im Video nochmal erklären. Ich möchte nur ganz kurz vorausmerken, dass man jetzt wahrscheinlich schon hört, dieses Rauschen, dieses permanente Rauschen, ich weiß nicht was es ist. Mein Mikrofon ist mittlerweile scheinbar komplett im Eimer und hat ein permanentes Rauschen, das ich nicht rauskriege. Wie gesagt, ich weiß nicht woran es liegt. Ich habe alles überprüft. Ich freue mich darauf, dass mein neues Mikro hoffentlich bald ankommt, aber momentan müsst ihr mit dieser Folge leider damit klarkommen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen und habt trotzdem Spaß mit der Folge. Also, ja, viel Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, die hoffentlich dann unter guter Soundqualität endlich wieder abgeliefert wird. Bis denn, ciao, ciao. Hallo meine Lieben, Freunde, herzlich willkommen zurück zu meiner weiteren Folge von Total War Attila, unserem wundervollen kleinen Spielchen mit dem wundervollen Reich von Axum. Wir sind wieder zurück und ihr wundert mit, und den Axum wichseln übrigens, wir sind wieder zurück und ihr wundert euch höchstwahrscheinlich, warum das alles so merkwürdig hier aussieht. Denn eigentlich haben wir im letzten Part doch an einer ganz anderen Stelle unter ganz anderen Umständen aufgehört. Was zum Teufel ist geschehen? Ich, äh, lasst es mich euch erklären. Hehehe. Ähem. Ich kann es nicht genau erklären. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Äh, es ist merkwürdig. Aber, ähm, die letzten beiden Parts, Part 91 und Part 92, die nicht rauskommen, weil ich sie löschen werde und das hier zu Part 91 mache, sind aus irgendeinem Grund vollkommen korrumpiert. Äh, es lag nicht, wie so oft, an meiner vollkommen überfüllten Speicherplatte, äh, Speicherplatte. Apropos, überfüllte Speicherplatte, wir machen ganz kurz eine Pause und ich checke mal ganz kurz, ob ich Platz habe. Hatte ich nicht mehr, deswegen ist es ganz gut, dass ich jetzt nochmal nachgeguckt habe. Jetzt habe ich nämlich hier welchen. Also, wie gesagt, ähm, ja, es lag nicht am komischen, am überfüllten Speicherplatz, was weiß ich, aber aus irgendeinem Grund war ab der Hälfte der Folge, äh, die Aufnahme komplett im Eimer. Ich konnte das Ganze alles komplett einfügen in, ähm, ähm, Adobe Premiere. Ich konnte es rendern, also es wurde mir in Adobe Premiere komplett angezeigt, die Rohaufnahme. Aber sobald ich es gerendert habe, war die Aufnahme ab der Hälfte weg. War vorbei. Es wurde das ganze Video gerendert, durchgerendert, aber, wie gesagt, ab der Hälfte des Videos war die Aufnahme, äh, war das Video vorbei. Äh, war kaputt. Konnte man nichts machen. Ich habe es auf YouTube hochgeladen, es war dann auch nur 13 Minuten lang, statt 26 Minuten lang, keine Ahnung, was los war. Äh, ich habe das Ganze dreimal probiert. Jedes Mal konnte ich mir in Adobe das komplette Ding durchgucken. Dann musste ich leider feststellen, es geht einfach nicht. Also, äh, muss ich jetzt leider hier, und ich wollte euch nicht mit zwei halben Folgen da abspeisen, irgendwie für zwei Tage. Deswegen muss ich jetzt leider hier, obwohl ich eigentlich extra im Voraus aufgenommen habe, damit ich die Woche ein bisschen mehr Zeit für andere Kram habe, muss ich jetzt leider hier relativ spontan zurück aufnehmen, weil es mir etwas zu spät aufgefallen ist, das Ganze. Ähm, wir schauen jetzt mal. Also, was im letzten Part geschehen ist, oder in den letzten Parts geschehen ist, äh, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall uns in, ähm, Spanien weiter festzusetzen, aber haben keine großen Expansionen hier gemacht. Die Langobaden sind nach Süden marschiert, belagern aber momentan noch Emerita Augusta. Mal sehen, wie lange sie da noch brauchen. Unsere Armee hier drüben ist immer noch krank, und ich kriege sie einfach nicht gesund. Wir sind, äh, hier eingefallen in Tarakonensis, und stehen gerade hier im Norden mit einer Muttersbratfett vor Taraka, äh, Bracara. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, den grünen Sandsturm von Palma rübergebracht, und, äh, die Räckenden Räcken werden wahrscheinlich recht schnell nach Westen marschieren. Wir müssen in die Langobaden stehen hier halt direkt an unserer Grenze und werden uns höchstwahrscheinlich eine Provinz abknöpfen. Ähm, in Italien haben wir ja Roma eingenommen, dürfte aber schon ein Part gewesen sein, und haben jetzt Forenzia belagert, äh, belagert, äh, kolonisiert. Und, ähm, ich habe ein Verteidigungsbündnis mit den, und, genau, ich bin sogar... Da fuck, da war gerade wieder irgendwas komisches. Ich weiß nicht, was hier manchmal los ist. Ähm, genau. Und ich bin sogar nach Norden marschiert und belagere Mediolanum, während wir gleichzeitig ein Verteidigungsbündnis mit den Hunden geschlossen haben. Und, äh, hier sehen wir die gesamte geballte Macht der Hunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf Armeen. Elf verfickte Armeen haben die Hunden. Elf! Ich weiß nicht, wie wir die schlagen können. Die können wir nicht schlagen. Ich hoffe halt mal, dass ich irgendwie noch in der Lage sein werde, alle möglichen Provinzen zu besetzen, bevor die Hunden sie komplett zerstören. Ihr seht ja hier, die haben bereits Genua zerstört, und jetzt sind sie gerade dabei, Aquaria Sextia, also damit eine letzten Provinzen, die noch normal, äh, in kompletten Zustand ist, äh, tatsächlich zu zerstören. Also, mal gucken, wozu wir hier noch kommen werden. Ähm, wir haben auf jeden Fall große Teile jetzt, äh, Damatiens eingenommen, und so weiter und so fort. Die sind jetzt hier gerade dabei, in Norden im Hyperborea, ähm, Richtung der Gepiden zu marschieren, um die dann auch mal auszulöschen, so langsam, dass wir die Provinz endlich mal in Ruhe lassen können, also die ewigen Verlierer nach Westen schicken können. Und hier bin ich gerade dabei, überzusetzen mit dem stolz, mit dem stolz der Klonfabrik, um langsam Darkien zu besiedeln. Ja, das ist im Endeffekt das Zeug, was gerade abgeht, und ich würde mal sagen, ähm, wir gehen einfach mal in die nächste Runde, beziehungsweise schauen uns mal ganz kurz ein bisschen um hier noch. Wir haben ja natürlich noch ein paar Provinzen, die wir eventuell verwalten müssen. Ähm, bei Etika zum Beispiel, steigende Zufriedenheit, positive Nahrung, perfekt. Schade nur, dass die Langobaden da wahrscheinlich gleich einfallen werden. Da Dania, wie wir gerade gesehen, sinkende Nahrung, allerdings bin ich ja gerade dabei, Sachen zu bauen, um die Nahrung wieder zu steigern. Das sollte auch unserer Zufriedenheit entgegenwirken, denn es ist Minus 10 durch die Nahrung. Ansonsten geht es allen Provinzen eigentlich gerade richtig gut, könnt ihr hier sehen. Wir haben Dalmatien natürlich noch, da sinkt die Zufriedenheit, allerdings haben wir immerhin positive Nahrung. Hier sollten wir vielleicht mal ein bisschen was reparieren und so weiter. Wäre gar nicht mal so unpraktisch. So, reißen wir ganz viel Scheiße ab. Insulare, Occidentalis, perfekte, positive Nahrung, Problem hier wieder mal, die Zufriedenheit. Diesmal nicht durch die Nahrung, sondern durch Einwanderung. Einwanderung macht uns gerade hier die Insel ein bisschen kaputt. Scheiße ist es schon. Aber da sind wir gerade dabei, das Polofeld zu bauen, also sollte das eigentlich klappen. Und dann haben wir noch Tarakonensis, das haben wir ja gerade eben erst eingenommen. Tarako mit der Flotte hier, Maschine direkt weiter nach Caesarea Augusta. Deswegen würde ich mal sagen, wir beenden die Runde jetzt einfach mal und schauen uns jetzt wirklich mal die nächste an. Mal gucken, was wir so finden können. So, da habe ich jetzt gerade sehr geräuschvoll einen Schluck genommen, ich weiß, es tut mir leid. So. Ja, unsere ganzen Streiter, äh, Streiter, äh, Priester sind jetzt mittlerweile aufs Westland gekommen. Das Problem ist halt, die sterben total schnell weg, viel zu schnell tatsächlich. ist, dass wir hier irgendwas machen können. Aber alter Schwede, guckt euch mal die Hunden an. Aha. Ich glaube, die sind Stärkerang 2, also direkt hinter uns. Und wir haben 12 Armeen, aber die sind halt verstreut überall auf der ganzen verdammten Welt und die Hunden haben 200.000 Armeen auf einem einzigen Fleck konzentriert. Das habe ich gerade nur versehentlich so konzentriert gesagt. Äh, das war nicht absichtlich. Genau, aber, wow. Holy shit-a-roni. Und da ist übrigens auch die letzte westgotische Flotte, die hier rumdümpelt. Die Westgoten sind eigentlich nicht mehr. Ähm, sie haben nur noch diese blöde Flotte in der Gegend rumfahren, finde ich herrlich. Ich glaube, das ist wirklich das letzte von ihnen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben noch irgendwo was. Ansonsten würde diese Flotte hier Verschleißer leiden, glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher, wie es mit Hordenflotten ist. Langobarden brauchen wir geradezu lange. Ich fürchte tatsächlich, dass die Typen jetzt gerade im Süden einmarschieren und uns bei Ethica abknöpfen wollen. Okay, doch nicht. Jetzt sind die Hunden dran. Da ist Attila. Der ist übrigens gestorben. Oh, die Thüringer. Da haben sie ja noch eine Horde. Hehe. Ähm, die haben ja noch eine riesige Armee. Schöne Scheiße. Ähm, genau. Ja, die Hunden haben, ich weiß nicht, ob das noch zu sehen war. Ich habe sogar noch zwei Armeen, wie es aussieht. Blut. Ähm, die Hunden, ähm, haben ihre Armee verloren. Also Attila ist einmal gestorben, weil die Quaden ihn getötet haben. Ich weiß nicht, ob das noch in der Aufnahme drin war. Äh, in Folge 90. Ähm, müssen wir mal gucken. Also, täuschen, kritischer Erfolg. Ja, war ja klar. Willkommendes Scheitern, wieder mal Erfolg, gescheitert, Verschleiß, wundervoll. Das heißt, der Typ hier kann nichts machen. Doch, der kann manipulieren, theoretisch. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Ähm, Wo haben wir die Gebieten? Die Gebieten. Ich will die, ach, da sind die Gebieten. Weiter in den Norden marschiert, die Schweine. Ich würde gerne die Armee mal fehl leiten, tatsächlich. Damit sie nicht so weit weg marschieren können. Och, komm, ey. Ruckig, alles schief geht. Mein Herr. Marsch, fühlt euch wie zu Hause. So, wir stellen uns hier an die Grenze und gucken, dass die nicht abhauen. Und währenddessen schauen wir uns ganz kurz mal alles an. Also, wir belagern hier gerade Mediolanum. Winterverschleiß haben wir allerdings. Deswegen würde ich sagen, wir stürmen die Stadt einfach mal ganz schnell. So, besetzen wir Mediolanum. Perfekt. Eine weitere Festung haben wir damit eingenommen. Leider müssen wir halt den Rest der Provinz komplett neu besiedeln, aber, ja, was anderes bleibt das LRK übrig, da die Hunde einfach überall rumdümpeln und uns große Probleme machen. Vor allem diese Armee dürfte, also ich meine, wenn wir diese Stadt verteidigen könnten gegen Attila, wäre das in Ordnung, aber sobald wir mit dieser Armee ihm auf offenem Feld begegnen, sind wir am Arsch. Okay, wir bauen hier die Kavallerie-Koppel nicht weiter aus, das ist klar. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt endlich mal. Es ist sehr schön. Also, ich baue hier gerade weitere Rekrutierungszentren überall aus. Die Langobarden stehen hier drüben und endlich sind die Verschleiße, ist der Verschleiß weg. Oh, holy shit, das wird auch mal Zeit. Okay, ab mit dieser Armee nach Cordoba. Ab mit dieser Armee nach Cordoba und diese Armee Wisst ihr, was lächerlich ist? Wisst ihr, was lächerlich ist? Wenn ich mir diese Armee einfach nur hier drüben belagern würde, dann hätten wir keinen Verschleiß. Aber das kann ich nicht. Oder hier drüben. Ich kann nicht um die Stadt herum marschieren. Das ist total dumm. Egal. Also, wir belagern jetzt auf jeden Fall Bracara. Dieses Mal vorher gesehen. Die Sensen des Morgens stehen außerhalb der Stadt. Verdammt. Ah, und wir brauchen hier ewig, um durchzumarschieren. Ich hasse es so sehr. Egal. Cesarea Augusta wird jetzt auch fallen. Okay, schauen wir uns, wie ich probiere es mal an. Also, du wirst umgebaut. Du wirst umgebaut. Du wirst umgebaut. Du wirst abgerissen. Du wirst abgerissen. Du wirst auf jeden Fall abgerissen. Du wirst repariert. Du wirst repariert. Und du wirst an einer Stufe abgerissen. Sehr schön. Mindestens eine Stufe tatsächlich an dieser Stelle. Oh Gott, wie viel Geld wir haben. Sehr, sehr schön. Ähm, genau. Genau, gleiches machen wir hier drüben. Na, warte mal. Das wird sogar nur repariert. Wird abgerissen. Äh, repariert. Abgerissen. 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 Äh, repariert. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, da müssen wir uns hier erstmal mit der Hauptsiedlung quasi, äh, beschäftigen, beziehungsweise die halt irgendwie festigen. Aber ich glaube, da sollte eigentlich hinkommen. Und währenddessen würde ich jetzt tatsächlich mal Armenien losschicken, um hier drüben die nächste Siedlung zu kolonisieren, die nächste Siedlung zu kolonisieren. Siskia. Damit hätten wir die Provinz quasi unter unserer Kontrolle. Reißen dich hier natürlich ab, bauen dich jetzt in einem Gerichtshof um, reißen dich hier ab und bauen dich hier um. Aber vielleicht lassen wir das mit dem Umbau tatsächlich, denn da haben wir nämlich noch ein bisschen Geld übrig. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne ganz schnell auf die mesopotamischen Traditionen gehen. Die sollten uns tatsächlich mal ganz gut helfen. Und ihr werdet ganz schnell mal diese westgotische Flotte hier drüben vernichten. Falls man überhaupt von einer Flotte reden kann. Auf jeden Fall ist sie jetzt tot. Und wir gehen hier rüber. So, was haben wir denn jetzt hier für neue, ähm, Benachrichtigung? Ähm, irgendwas wie von wegen Hunden vernichtet, äh, Westgoten vernichtet? Jo, Fraktion vernichtet Westgoten. War wirklich die letzte. Ha, sehr schön. Perfekt, damit sind die Westgoten Geschichte. Und wir haben wieder ganz, ganz viel Platz für Zeug, das wir tun können. Yay! Cool. So, die Schattenkrieger hier können aufgerüstet werden. Finde ich sehr schön. Dann gehen wir auf die bessere Nahkampfverteidigung. Und, ähm, kann ich euch hier lassen? Ne, ich kann mit euch weitermarschieren. Sehr schön. Dann marschiere ich mit euch sogar mal weiter. Okay, wir sind nicht mal im Winterverschleiß. Perfekt. Und der Provinz geht's gut. Ah, sehr schön. Eine weitere moralisch gefestigte Provinz. Ich liebe es, wenn sowas passiert. Herrlich. Okay, gehen wir in die nächste Runde. Ich glaube, ich hab wieder was vergessen, aber egal. Eigentlich egal. Ähm. Ähm. Okay. Also, die Abdani sind natürlich stark am rumlatschen hier. Wir haben einfach mal keine Chance gegen die Hunden. Also, ich meine, eigentlich sollten sie wirklich nach Norden marschieren mit all ihren Truppen. Sie können diese Siedlung nicht retten im Süden. Aber sie können nach Norden marschieren mit all ihren Truppen und diese eine hundische Armee einkesseln. Wäre, würde ihnen nicht helfen, aber es wäre für mich ganz praktisch, damit zumindest eine hundische Armee weniger. Jetzt sind wir noch mit zehn Armee. Oh Gott. Die kommen ja schnell nach Norden. Wow. Finde ich toll, dass sie so einen riesigen Belast... Weißt du, ich hab vier Runden gebraucht, um hier überhaupt durchzukommen. Und sie kommen in einer Runde von da drüben hoch. Äh. Mistige Mistkacke. Okay. Äh. Ziehen wir uns mal zurück. Oh, dieser Winterverschleiß. Ja, klar. Gott, ich will nicht wissen, was wir für ein Verschleiß hier abkassieren. Das ist nicht zum Aushalten wahrscheinlich. Ist diese Armee überhaupt noch benutzbar? Ich glaube, sie ist nicht mehr benutz... Äh, irgendwie auch nur ansatzweise... Ansatz... Ansatzweise einsatzfähig. Die Armee ist wahrscheinlich komplett im Eimer jetzt. Na, herrliche Scheiße. Ah. Aber wir haben im Süden noch eine Armee, die jetzt gerade noch ein bisschen sich fortbilden muss. Aber dann, sobald sie fortgebildet ist, können wir mir die auf jeden Fall vorstoßen. Mit euch würde ich jetzt eigentlich ganz gerne Hinterhalt legen. Ich weiß halt nur gerade echt nicht, wie stark die mitgenommen sind, die Typen. Was ist da gerade geschehen? Hä? Wurde Nabo... War Nabo unsere Provinz? Ist auch so eine beschissene Kameraperspektive. Ich konnte gerade überhaupt nichts erkennen. Ich glaube, da wurde eine Siedlung eingenommen von uns. Ne, wurde es nicht. Tarako. Ach, da oben ist Nabo, genau. Okay, gescheitert, gescheitert. Immerhin. Natürlicher Tod. Yay! Den Namen vergessen, hat Verschleiß erlitten. Alles toll. Okay. Und wir legen einen Hinterhalt hier drüben. So, dann gucken wir mal. Die Recken sind noch unterwegs, beziehungsweise müssen halt fortgebildet werden. Tarako wird beschützt, deswegen kann es gar nicht eingenommen werden. Und wir gehen hier wieder auf die religiösen Berater. Unser Einkommen... Oh ja, das ist gut gestiegen. Auf jeden Fall. Und Attila ist endlich angekommen bei seinen Mannen da drüben. Gehen wir mal hier los, um Liguria zu besiedeln. Okay, sie bleiben wieder direkt am Rand des Verschleißes stehen. Finde ich sehr, sehr schön. Und hier besiedeln wir, wie gesagt, Romula. Kostet mittlerweile auch kaum noch was, ne? Hehe. Okay, sehr schön. Bauen wir hier also unsere neue Siedlung aus. Und in Makedonien ist natürlich unser Priester gestorben, wie es sich gehört. Fickt die Spiel. Aber zum Club kommen wir hier gerade in die Kathedrale von Zion. Also da sollten wir ganz gute Karten haben. Hier müssen wir gerade noch ein bisschen warten. Du bist gerade auf dem Weg nach Westen weiterhin. Hier haben wir die 70%-Hürde geknackt. Sehr schön. Das heißt, der Priester kann jetzt nach Norden marschieren. Und hier drüben konvertieren. Jaja. Du hast schon genug getan. Du hast schon viel... Du hast schon mehr als genug getan. Auch wenn wir hier, glaube ich, die Kapelle... Äh, die Kapelle. Genau die Kapelle. 35 kostet uns. Das haben wir... Ja, wir haben 35 nach. Und bauen wir also die Kathedrale von Zion aus. Und hier zieht euch in den Hafen zurück. So. Sehr schön. Okay. Die Provinz geht hier auch super. Sie ist gut konvertiert mittlerweile bereits. Hier haben wir, glaube ich, auch schon über 70%. Das heißt, eigentlich kann einer unserer Priester hier nach Norden marschieren. Und ich glaube, du am besten. Und die Armee, wie gesagt, liegt gerade in Hinterhalt. Ist zwar stark geschwächt, aber ich glaube trotzdem, dass wir hier... Gar nicht mal so schlechte Karten haben, wenn wir halt in Hinterhalt legen. Ansonsten müssen wir den Rüten-Satten-Sturm nehmen und den nach Westen schicken. Ist auch in Ordnung. Also. Hier reißen wir natürlich weiter alles ab. So. Du wirst abgerissen. Du wirst tatsächlich umgebaut in ein Tafelbergskloster. Du wirst umgebaut in ein Fanat-Netzwerk. Und du... Äh... Du wirst abgerissen. So. Was wollen wir hier drüben hin? Ähm... Ist natürlich auch wieder die Frage. Ich glaube, die Mönchsquartiere könnten helfen. Allerdings bräuchten wir dafür ein bisschen mehr Nahrung. Deswegen warten wir hier tatsächlich noch ganz kurz. Bis wir mehr Nahrung haben. Das heißt, wenn wir das Ding hier umgebaut haben. Oder den Fischereibchen ausgebaut haben. Äh... Ne. Nichts dergleichen. Okay. Gut. 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 Tarnia. Tarnia. Toll. Insulare Occidentales. Ähm... Ja. Nahrungsprobleme habt ihr keine. Zufriedenheitsprobleme habt ihr ein paar. Das wird ewig dauern hier, wie es aussieht, bis wir euch hier hochgekriegt haben. Weil die religiösen Differenzen halt langsam zurückgehen. Deswegen geht es dann auch irgendwann mal wieder. Ligurien. Gerade neu eingenommen. Hat immerhin steigende Zufriedenheit. Bauen wir hier mal ein bisschen Zeug um. Äh... Felsenkirche. Abriss. 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 Umbau. Und Tarakonensis. Natürlich auch. Aber da haben wir uns ja gerade schon drum gekümmert. Ja. Sehr schön. Ähm... Hm. Attila hat Verschleiß erlitten, während er hier durchmarschiert ist. Aber... Nicht, dass es irgendwie jemanden kümmern würde. Die belagert jetzt tatsächlich sogar von See aus, die Siedlung, ne. Dass sie überhaupt noch hält. Das haben die Hunde auf jeden Fall nicht gemacht, ewig vor der Siedlung rumzuhocken. Ach ja, genau. Oh! Was sehe ich hier? Die Veneter breiten sich aus. Sehr, sehr interessant. Und die Gebieden. Marschieren weiter in Richtung Osten. Schräg, schräg Nordosten. Die Hunde will her. Problem ist halt, sobald wir unsere Armee wieder abziehen hier, dann werden sie einfach auf uns losmarschieren. Ähm... Ja, es wird auch nichts anderes übrig. Ich gehe mal zurück nach Gelondas mit den ewigen Verlierern. Ich meine, hier ist immer noch perfekter Winterverschleiß. Sie haben irgendwie fünf Runden lang Winterverschleiß. Ich glaube, wir haben nur im Sommer keinen Verschleiß. Selbst hier drüben. Nur Verschleiß. 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 Ah! Kann das Klima auch mal besser werden? Ich meine, war das... Äh... So ein Klima haben wir doch überhaupt nicht. Nicht mal weltweit. So eine Kacke. Wie sieht es denn aus? 114. Wir brauchen noch 16 Siedlungen. Okay. Schaffen wir. 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 Schaschligen wir. Okay. Ähm... Salona, du wirst zum Beispiel umgebaut. Und dann bauen wir hier drüben Wasserwerke hin. Und... 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 Die... M... 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 Wenn ich es gerade habe. Ja. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kriegen wir. Ist in Ordnung. Die Nahrung haben wir ja eigentlich dafür. Deswegen sollten wir das hinbekommen. Sehr schön. Dann beenden wir die Runde mal. Silikon Valley hat eine nicht so gewesene Fähigkeit. Ja. So. Bitte. Jo. Nehme ich an. Sehr schön. Die KI lernt. Wir kriegen Geld von ihnen. Und wir wollten ihn sowieso. Nicht sofort wieder den Krieg erklären. Insofern alles gar nicht mal so unpraktisch. Denn wie gesagt. Wir wollen ja. Ha. Sehr schön. Einen Hinterhalt legen. Wir haben natürlich Probleme. Weil unsere Truppen stark geschwächt sind. Aber ich denke mal. Das sollte klappen. Der Hinterhalt kommt natürlich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe. Diese Folge hat euch damit soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir uns dann eine weitere langobarische Armee vom Hals schaffen. Also. Macht's gut meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und ciao ciao.